Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anna's Quest, Folge 12. So, ich habe jetzt hier mal ein bisschen rumgeschaut, was wir hier noch machen können. Und ich habe beim Bauenstumpf das gefunden. Ja, das sind wahrscheinlich die Noten, aber irgendwie kann ich mit denen noch nicht so viel anfangen. So, und deswegen schauen wir jetzt hier noch ein bisschen rum. Oh, es ist ja dunkel hier. Hier hat sich auch nichts mehr geändert. Straßenbücher. Seems like it's as old as the church. Ah, look at that. A cute little dragon on top. Just like in the church window. Das ist süß. I'll just leave it as it is. Können wir die irgendwie anzünden? Oh, he could certainly light the lamp for me. But I don't see a reason to do that at the moment. Hmm, I really do love these. Hmm. Also irgendwann müssen wir auf jeden Fall die Laterne anmachen. What did you say about the rose? An enchanted rose from the tops of Glass Mountain. The tale goes that a dragon once gave passage to those that were worthy. You should speak to the minister at the church. He would no more. Wow, a drap. Okay. I bet. I'll go to the church. Yeah. I really do love. I really do love. The left one is showing an evil door. The right window is a big door. Hold on. I wonder if there's any clues like Theodore said. Let's see. Hmm. No. Nothing about a bell tower, I don't think. Nothing really looks out of the ordinary. Oh, wait. Except this. There's a small cluster of strange little symbols here. On the right window. Huh. How about that? Not sure what it means, but it definitely is peculiar. There's a small symbol. Maybe we can do that light on, so we can see the small symbols better. Hmm. 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 Die Lampen ist nicht kaputt. Es sieht nur so aus. Uh. Nein, nicht rausgehen, nicht rausgehen. Bleib hier. Wie schön. Schauen wir mal, ob wir jetzt irgendwie das besser sehen. Ach, schau mal, jetzt sehen wir hier die ganzen Symbole. Gut, dann würde ich ja sagen, gehe ich nochmal zum Dings. Schreib mir die Symbole mal ab, da geht es wahrscheinlich um die Reihenfolge. So, ich habe mir das Zeugs jetzt mal aufgeschrieben und gehe jetzt mal wieder zurück zur Kirche. So, und jetzt schauen wir mal, ob wir hier ein schönes Lied zustande bekommen. Ähm, so, das ist... Ach so, nein, okay, nochmal zurück. Ja, will ich zurücksetzen? Ach so. Oh, habe ich falsch verstanden. Das hier ist die zweite Reihe. Nein, ich habe die zweite gedrückt. Nochmal, Entschuldigung. Das dauert einen Moment. Das, dann das, dann das, dann das hier, dann das hier, ähm... Das, dann hier oben nämlich das, und dann das. Das wird jetzt so gelöst. Super. Star. Star's above, I don't believe it. You, you, you did it. You opened the door, young one. After all these years, you did it. Look at that, stairs. This must be the bell tower, right? It can only be. The stairs to the red dragon's bell itself. Oh, how exciting. You don't want to look? Come on, I know you must be dying to see her. Oh, no. No, I can't. I'm a little nervous, I think. This is a moment I must savor. And cherish. Go, young one. I'll be here waiting for you. Ja, und schick irgendwie ein achtjähriges Mädchen dort nach oben. Hm, niemand da. I don't know if that worked. Kein Drache da. Oh, wait. Oh, wait. I think I see something. Is that... I think I see something flying towards me. Actually... Uh-oh. I think it's charging at me. Ah! Ich hab hier übrigens ein Freund. Oh. Oh, this little guy, is he, is he yours? Aww, how precious. All this time, she just wanted her baby back. Geez, no wonder you are so upset. I'm sorry, I didn't know. Oh, um, I hope this isn't too much to ask now, but do you think, could you fly me to the top of Glass Mountain maybe? I wouldn't ask if it wasn't really important, honest. It's, it's for my family too. Oh, thank you. Thank you so, so much. Ah! That was incredible. I really can't thank you enough, Red Dragon. I just have to quickly look for something and then we can get going, okay? Wow. Undehorn and the Bell Tower look tiny from way up here. Such a long, long way. Dragons sure are convenient. Ich fühl mich hier nicht so ganz wohl, muss ich ehrlich sagen. Ähm. Das. Ich weiß nicht, ob man hier sein sollte. Okay. Ah, not all right, Crank. Ah, crazy. And? What was I doing here again? Hm? Uh, hello, sir. I, I was wondering... Ah, no, you can't have it! Whoa, but... Huh? Ah, you again? Hm, I said no! Go home! But, sir, you don't even know what it is I came for. Well? Oh, I... I need a rose. A special rose from the top of this mountain. A rose? But, I thought you were here for... Uh, hmm. No! You can't have it! Now go away forever! But, do you know where the rose is, sir? Of course! I have it right... Wait... Ah, no, no idea. No roses here. Now go away. Hm. How rude. Ah, die Charaktere sind so cool in dem Spiel. Jeder für sich. So einzigartig. Ähm, gut. Ja, wie kommen wir denn jetzt da rein? Können wir irgendwie die Tür und das Fenster aufmachen? Wollt ihr einfach so lange nerven? Go away! No roses here! Now go away! Mir bleibt ja gar nicht so viel Auswahl übrig. Kann ich mit ihm reden? Ob er mir eine Idee hat? Nein, ich will nicht zurück zum Dorf. Nein. Was? Thanks once again. Theodore! I saw the red dragon. Just like you said I would. It is true. You mean, the dragon? Sie ist wirklich lebendig. Sie ist wirklich etwas. Sehr... Lively. Und bei Lively, ich meine Angst. Oh, die Stars, natürlich. Ja, die Angst würde erklären, ihre Absenzierung. Aber was könnte das, Junge? Was könnte sie so angeregen? Someone hat ihre Baby genommen, Theodor. Sie war Angst, weil sie nicht ihre Baby haben. Und dann flieh sie mich über Wunderhorn. Just like you said she used to. Oh, what a momentous day this is. You've done so well, young one. People will speak of the return of the Dragons for centuries to come. You are a true blessing to all of us. It is pretty neat, isn't it? I'm just glad I could be of help. Ja, wir müssen jetzt aber nochmal los eigentlich, ne? Also... ... ... Hello again. Sorry to be a pain, but I need to go back to Glass Mountain if that's okay. Tschüss! Kann ich mich hier hinten irgendwie verstecken? Wie sind's zu gemein? Raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhh! Mr. calm down, please! Okay, that's better. Mega freaking mega! Alright. Now, sir, I don't mean to cause you any trouble. My grandpa he... he's really sick. Hmmm? I don't care! Why should I help you? You're just a pesky little trespass in the air-do-well. Sie wissen, ich... Ich denke, Sie wissen, was es ist, hier zu sein, allein zu sein. Sie sehen, wenn ich nicht mein Vater hatte, hätte ich komplett verloren. Ich würde nicht wissen, was zu tun. Nein, stopt zu versuchen, zu meinen Emotionen zu tun! Ich habe keine... Und wenn ich nicht die Rose finden, werde ich auch allein sein, Herr. Wenn ich die Rose geben, dann lasse ich mich schon. Wenn Sie wirklich wollen, dann ja, für immer und immer. Okay, okay, okay! Öffne diese Fenster schon! Dankeschön! Und jetzt hau ab! Dankeschön, Ring-Rang! Du hast keine Ahnung, wie viel das für mich bedeutet, wirklich! Hm, ich weiss nicht! Geh, schrauben! Währenddessen... Oh, jetzt werden wir bestimmt geschnappt! Ich habe etwas... etwas über mich zu sein, dass ich schräubig bin. Nein, warte! Das sind alle meine Geschichten! Warte! Ja, das ist es! Mit Jove, ich mich jetzt! Die Geschichte über die Schriebe! Jetzt, okay. Und da bin ich, die Bände von Schriebe allgemein. Mit ihren Augen auf den Royal Jeweln. Oh, ja, das ist richtig. Diese Geschichte wird besser jedes Mal, wenn du sie sie sagst, denke ich. Und dann, als ich die Schriebe, wie glänzend aus meinem Stuhl... Sir, mehr Aborten, gerade in! W-... Nein, warte! Nicht an dieser Stelle wieder! Sie immer das für mich immer ruinieren! Es ist die Frau wieder, Sir! Sie hat gerade spätigt, gerade jetzt! Sie wurde gesehen, nach der Alley, hinter der Kirche, Sir! Von den Sternen! Sie muss genau nach der Tavern gehen! Die Nerf! Ah, also, Sir! Es ist gesagt, dass sie in die Stadt gekommen sind, mit einem anderen Alli, Sir! Err... Ich... Ich würde wahrscheinlich... Uh... Bid you Farewell, jetzt. Ein strange Mustachio-Gentlemen war die Unterricht, Sir! The Devil? An Alli, you say? Oh, dear... And even though he didn't like having his beard trapped, he was forced to sit still for just a second to hear me out. I didn't take you for the violent type. But... No, that's... Oh... You don't think that's violent, do you? Hush, hush, I'm teasing for goodness sake. That's it! We have all the items, finally. Alright. And we can make the cure now, right? Indeed. Yes. Hahaha. A cure indeed. Let's begin. For what was forged, suppress them a line. For what I reflect, return what is mine. Fool. I... I'm sorry. Hmm. Hmm. Ich sag doch, die sind alle böse. Ich hab's gesagt. Die sind alle böse. Ich hab's gesagt. Die sind alle böse. Ich hab es gesagt. Nein, nein, es kann nicht sein. Frau? Oh, Frau Hainess! Hm. Seitdem Sie die Möge incompetenten Möge sind nicht zu tun, ich folgte den Kriminein und sie selbst beobachten. Jetzt, sieh sie einmal. Ja, Frau Hainess, einmal! Herr Hainess? Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. In der Dier of Our, Anna konnte nicht helfen, aber lament. Denn ihre Hoffnung für eine Säge haben sich nur aufgelöst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 I have to tell you, you need to know that... Jeez, what part of Shedek don't you get, huh? One more word out of you. Please, hurry! Well, okay, I'll do it. I'll come find you. Somehow. Okay. Wie ich am Anfang gesagt habe, das Spiel beginnt. Ja, sie wird erstmal hin und her. Das Spiel beginnt leicht und relativ fröhlich. Also, klar, wir waren eingesperrt bei einer Hexer, aber ne? Ist schon nicht leicht. Also, die Geschichte wird immer härter. Gut, damit bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss.